Hallo, mein Name ist Maximilian Lill. Ich bin 18 Jahre alt und bin hier mit drei Pferden. Einen werde ich heute Morgen Nationenpreis reiten und zwei habe ich jetzt hier im iCup. Mit dem einen war ich jetzt gerade Null und Führung war es sehr gut die Runde. Die Ziele ist das Bestmögliche daraus zu machen. Und dann möchte ich mich jetzt verabschieden mit vielen lieben Grüßen nach Bayern. Die Ziele